moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal ja es gibt ein weiteres kleines update video nämlich mein edc update für februar 2021 und das möchte ich gleichzeitig wieder nutzen um ein ganz klein bisschen mit meinem equipment hier zu experimentieren heute machen wir mal eine aufnahme in 1080p bei 60 fps das ganze jetzt wieder mit der doch relativ intensiven studio beleuchtung da habe ich noch kein ideales setup gefunden also haben wir zwei relativ helle spots hier und hier ich hoffe dass sich das gleich gibt sobald ein paar sachen mehr auf dem tisch liegen ja angefangen habe ich jetzt mit meinem portemonnaie das ist nach wie vor das feuerwehr großartiges teil super aufteilung innen drin das passt also richtig richtig gut verschiedene einschub fächer für verschiedene karten teils direkt zugänglich teils dann für die karten die man nicht ganz so häufig braucht etwas abgeschlossener oder versteckter also ich bin sehr sehr glücklich mit dem teil großes scheinfach fehlt aber das ist in dem fall auch gar nicht mal so schlimm einmal gefaltet passen da tatsächlich scheine bis ich glaube 100 euro problemlos rein 50er 20er 10 einmal gefaltet überhaupt kein problem also das ist nach wie vor mein go to guy was portemonnaies angeht ja armbanduhr da gibt es was ganz neues im moment ist nicht mehr die steinhart am handgelenk sondern eine citizen ecodrive titanium großartiges teil super leicht wunderschöner diver lunette mit 60 rastungen statt 120 okay aber trotzdem super super schönes teil super leichtgängig toll am handgelenk insgesamt knapp über 100 gramm gewicht bei einem relativ dicken gehäuse wie das bei taiwan ja häufiger der fall ist gar nicht mal so schlecht also wunderschöne uhr bin ich total happy mit so happy dass ich teilweise noch nicht mal nachts vom handgelenk genommen habe also das teil ja ist im moment so mein liebling im edc absolut großartig auch neu das ist ein bisschen meiner aktuellen frisur geschuldet und ich mag den style einfach auch habe ich tatsächlich immer einen kamm in der hemdtasche stecken ich habe mich für einen kent entschieden hand made ja großartiges teil hat so ein bisschen den 50er jahre look stehe ich drauf gefällt mir sehr sehr gut passt perfekt in die hemdtasche nicht zu groß ihr seht das würde auch ins portemonnaie passen ich liebe dieses kleine teil ganz einfach ein bisschen was zum spielen zum rumklimpern ja so fidget mäßig also nicht spinner sondern grundsätzlich dass man mal zwischendurch irgendwas in die hand nehmen kann und damit ein bisschen rumzuspielen zum zeitvertreib tolles tolles ostergeschenk zwei titanwürfel von flytanium super geile teile einfach ganz ganz lieben dank an stelle noch mal habe ich mich riesig darüber gefreut die dinger sind auch mittlerweile täglich dabei erfüllen keinen weiteren zweck außer dass man zwischendurch einfach mal was hat wo man müssen mit rumspielen kann einen ähnlichen zweck erfüllt auch die ist es scharf ja gab ja gestern so ein bisschen die schwierigkeiten mit schärfe mit schrift und so weiter jetzt scheint auch hier in der ganz normalen kamera app des smartphones scheint auch der fokus deutlich besser zu funktionieren als in der open camera app da bin ich jetzt schon glücklicher mit also die karpel die m beziehungsweise in dem fall karpel noctem coin großartiges großartiges teil aus der altona silberwerkstatt dies tatsächlich auch fast jeden tag dabei warum es jetzt die karpel noctem anstelle der karpel die m ist die habe ich hier auch direkt zur hand habe ich nicht mal eine wirkliche erklärung für es ist einfach so dass ja irgendwie spricht mich die karpel noctem ganz klein bisschen mehr an ich lege jetzt die karpel die ihm einfach mal mit dazu das ist jetzt diesmal nicht alles so schön angeordnet wie ich das sonst mache aber ich hoffe ihr verzeiht mir das ich muss mich auch ein ganz klein bisschen beeilen das video soll wieder mal nicht zu lang werden ja stifte ich habe bewusst bedingt rand voll gefülltes federmäppchen aber zwei möchte ich exemplarisch zeigen das sind die beiden tactile turn einmal der bam das ist der bold action mini ja liegt einfach großartig in der hand dafür dass es der kleinste ist und ich eine handschuhgröße 10,5 habe vollkommen perfekte größe für den alltag ja und dann natürlich das wunderbare schätzchen in zirconium das ist der side click auch die kleine version ich liebe die action das ding ist einfach wunderschön anzusehen in dem in dem ja ich hätte jetzt fast gesagt in dem warmen schwarz das zirconium so mit sich bringt fühlt sich toll an ist natürlich ein bisschen schwerer als der titan aber auch einfach ein großartiger stift für die tägliche nutzung immer noch kompakt wenn du die 511 hemden oder so trägst hast du ja oben noch den kleinen einschub für den kugelschreiber einfach ein ideales teil für den alltag natürlich ist der zirk relativ kostenintensiv ich glaube der liegt bei etwa 240 250 euro den titan bekommt ihr ich glaube für etwas weniger als die hälfte ne also das ist dann definitiv eine sache wer relativ viel geld für taschenmesser ausgibt oder für uhren oder sonstigen schischi der kann sich definitiv auch mal einen schönen kugelschreiber leisten und die gehören beide dazu taschenlampe ja meistens ist es tatsächlich die kleine rovi won das ist die aurora 4x ich weiß gar nicht mehr in a4 a4 aurora a4 titanium einziger wirklicher kritikpunkt ist die gummilasche zum verdecken des usb kabels zum aufladen die hält also nur mit gutem zureden ansonsten super cooles teil du hast direkt licht über ein einmaliges festes drücken ansonsten doppelklick geht die lampe an und du kannst dich durch die modi switchen dreimal klicken ist strobo ziemlich einfaches user interface coole kleine funzel ja und ihr seht schon jetzt zum beispiel im vergleich zu den beiden würfeln die nimmt definitiv keinen platz weg in der rosentasche letzter punkt taschenmesser und ich habe es ja gestern schon gesagt kaum aus meiner rosentasche wegzudenken das tortuga in dem fall die version in dem braunen mikata einfach ich bin so glücklich mit der umsetzung durch tuja das ist einfach für mich im moment das perfekte taschenmesser da kommt dazu dazu dass es im gegensatz zum beispiel zum ringkals dass ich ja als die edc perfektion bezeichnet habe einfach deutlich günstiger in der anschaffung ist natürlich ja das ringkals vermittelt noch mal einen anderen eindruck von von wertigkeit bei den materialien aber nichtsdestotrotz das tortuga ja das hat mich so was von umgehauen wie toll tuja da meine idee umgesetzt hat von daher ja man möge es mir nachsehen dass ich da mein eigenes design im moment so dermaßen bevorzugegegen über allen anderen ja siebeneinhalb minuten das soll es gewesen sein die datei wird wahrscheinlich schon wieder gigantisch groß ich danke euch fürs reinschauen wird mich freuen wenn der eine oder andere vielleicht auch sein edc mal vorstellt das hier ist tatsächlich das was seit mehreren wochen jetzt muss abstriche machen kam und uhr sind noch nicht so lange bei mir aber was seit wochen halt meine tasche nicht verlässt gerade das feuerwehr die münze die beiden kugelschreiber die rovi von und das taschenmesser sind halt kaum durch was anderes zu ersetzen im moment dementsprechend da kann man tatsächlich von edc sprechen ganz ganz lieben dank fürs reinschauen ich wünsche euch allen schönen tag schönen abend wann immer ihr das video seht und ich sage wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bye bye